Das zweite Gerücht lautet, die Bayern werden die Cancelo-Klausel im Sommer definitiv nicht ziehen. Was ist da dran? Das ist true. Ja, Joao Cancelo, ein gutes Spiel reicht schon in der Bundesliga in der FC Augsburg mit einem Tor. Und es werden Begehrlichkeiten in ganz Europa geweckt. Real Madrid soll Interesse haben und die Ausstiegsklausel vielleicht ziehen von 70 Millionen Euro. Und da kann ich ganz klar sagen, der FC Bayern wird diesen Poker nicht eingehen. Das hat man Joao Cancelo auch klar mitgeteilt und gesagt, 70 Millionen, die Klausel ist zu viel für uns. Und wir werden das nur machen, wenn er günstiger zu haben ist, beziehungsweise City verhandelt. Wenn jetzt ein anderer Klub wie Real die 70 ziehen will, dann wäre Bayern tatsächlich im Sommer nach der Leihe raus.